Nein. Nein. Was ist das? Nein. Sofort aufhören. Geh weg. Sofort aufhören. Hier kommt die Polizei. Wer? Geh weg von da. Sofort aufhören. Geh weg. Hallo. In Gopelstein, Gopelstein, Bahnhofstraße. Du weißt, dass es verboten ist. Der kommt da mit einer Vorlesung, mit einer Haken. Bitte. Nein, Gopelstein. Dejan, glede ju njega. In Bahnhofstraße, bei der Bahnhof. Die Polizei wird dich verhaften. Du weisst, dass das verboten ist. Ja. Der Name heißt Jakob. Ja. Keine Ahnung. Jakob, bitte. Da habe ich schon meine Anzeige gemacht. Kommen Sie schnell hoch. Geh mit Haken und mit Feuerlöschern. Das darfst du nicht machen. Okay. Kein Problem, Dejan. Kein problem. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja, na ja. Na ja, na ja. Na ja.